hallöchen hallöchen heute nehme ich euch mit auf meinen letzten tag im disneyland 2021 ich stehe jetzt hier kurz vor der sicherheitskontrolle ich warte noch auf die anderen die holen sich netz noch was zum frühstücken und dann geht es in den park wir bleiben heute auch nicht so lange so bis 13 13 30 da haben noch ein paar sachen vor fahren kann ich heute nicht unser hotelzimmer oder unsere unterkunft das bett das war so hart ich habe so rückenschmerzen es tut sogar beim atmen weh also es waren zwei schreckliche nächte aber es egal um dann ins disneyland zu kommen hat sich dann trotzdem gelohnt wir machen einfach das beste drauf auch heute morgen wurden wir wieder von mickey mini und goofy begrüßt wir schauen jetzt mal ob wir auf main street die neuen disney macarons finden heißen die macarons macarons wie heißen die macarons warum schüttelst du denn den kopf ich habe nicht verstanden möchtest du macarons nein ob sie so heißen ja macarons es gibt verschiedene sorten und charaktere und die schauen wir uns jetzt mal an main street im candy palace findet ihr die macarons es gibt verschiedene es sind aber nicht alle sorten gerade da es gibt zum beispiel noch einen donald aber wir zeigen sie euch gleich noch mal genauer ja wir haben glück gehabt es wurden noch zwei weitere sorten gebracht und zwar mini und stitch das heißt uns fehlt eigentlich nur noch donald aber den gibt es wohl heute leider nicht denn insgesamt gibt es ja leute hier seht ihr jetzt mal alle macarons bis auf donald insgesamt gibt es ja sieben stück donald gab es leider nicht aber sehen schon mal gut aus und wir haben auch schon welche probiert schmecken gut wir gehen jetzt mal das schloss und schauen uns da an wie schön das renoviert wurde ja Musik 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 Ja, das war ein Rundgang durch das Schloss. Den Drachen, können wir leider nicht zeigen, der ist noch eingesperrt. Wir machen uns jetzt ganz langsam Richtung Village, dort möchten wir noch was essen gehen. Es war jetzt ein kurzer Tag heute, aber das Wochenende war auch sehr anstrengend. Und wir hatten ja gestern die volle Magie für gefühlt fünf Tage. Also von daher gar nicht schlimm. Eventuell möchte ich die anderen noch überreden, dass wir vielleicht noch kurz bei Primark vorbeischauen. Mal sehen. Aber in dem Sinne, ihr kennt es. Tschüss Schloss. Tschüss Main Street. Tschüss Mülleimer. Ich muss es immer machen. Sorry Leute. Wenn wir hier schon bei Harrington sind, kann ich euch auch noch zeigen, ihr könnt euch hier eine Weihnachtskugel selbst gestalten. 19 Euro kostet das Ganze. Und ihr könnt hier verschiedene Motive aussuchen, die ihr euch auf eure Kugel bedrucken lassen könnt. Super schick. Aber ich bin ja so ein Mensch. Ich brauche von allen immer mehrere Kugeln. Und bei 19 Euro das Stück wäre ich da schnell schnell pleite. In Lillys Boutique kann man sich auch die Nägel machen lassen in verschiedenen Disney-Motiven. Kostet für eine Person 39 Euro und für zwei Personen 52 Euro. Aktuell gibt es Termine bis zum 2. Januar. So. Gestern haben wir ja so tolle Kugeln bekommen. Und die könnt ihr euch hier in der Liberty Arcade an diesem kleinen schönen Stand hier kaufen und aufgravieren lassen. Kostet 15 Euro das Stück. Gibt verschiedene Figuren. Ich verabschiede mich jetzt erstmal vom Disneyland. Also wir waren jetzt noch ein bisschen shoppen. Haben ein bisschen in der Arcade rumgeschaut. Es geht jetzt aus dem Park raus ins Village. Und ich habe es geschafft. Wir fahren noch zu Braima schnell. Ja. Tschüss Disneyland. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Denn das ist tatsächlich der letzte Trip für dieses Jahr gewesen. Wir holen uns jetzt noch was zu essen bei New York Sandwiches im Village. Ich kann echt nicht mehr Leute. Also mein Rücken bringt mich gleich um. Schwimm ich wie 90. Ich bin gerade total enttäuscht. Denn ich habe hier bei New York Sandwiches immer die Pasta mit der Käsesauce gegessen. Die gibt es jetzt leider hier nicht mehr. Es gibt nur noch Tomatensoße. Ich werde jetzt die Pizza probieren. Aber ich habe gerade gesehen, nebendran ist ja die Sports Bar. Und da gibt es auch Essen. Und ja, da gab es einen Hotdog mit Käsesauce. Ich glaube es waren Speckwürfelchen. Und im Laugenbrötchen habe ich hier an einem Tisch gesehen. Habe ich mir jetzt leider zu, also ist mir zu spät aufgefallen. Oder ich habe es zu spät entdeckt. Sonst hätte ich das mal probiert. Aber beim nächsten Mal, wenn wir dann hier sind. Mein Daniel. Ich möchte hier professionell YouTube machen. Ja, das hier ist mein Menü. Es gibt eine Cola. Es gibt Pizza und Pommes. Das Ganze kostet 15 Euro. Und es ist noch ein Eis dabei. Das kann ich mir dann später abholen. Auch wenn ich enttäuscht war, dass es meine Käsesauce nimmer gab. Meine Pizza war sehr, sehr gut. Im Gegensatz zur Käsepizza von Daniel. Die Pommes haben wir jetzt nicht so geschmeckt. Die waren total ungewürzt. Aber ja, war okay. Ich müsste jetzt aber aktuell erstmal nicht mehr dahin. Wir verlassen jetzt das Village. Oder haben es eigentlich vor. Aber wir sehen gerade, dass es hier Glühwein zu kaufen gibt. Da gönnen wir uns jetzt noch einen. Richtung Auto können wir den noch auf dem Weg trinken. Und dann geht es nochmal zu Primark. Simone hält hier unseren leckeren Glühwein. Der kleine Portion kostet 4 Euro. Sind 20 CL. Der große sind 6 Euro mit 30 CL. Ist für Disneyland okay. Letzter Glühwein. Letzter Glühwein dieses Jahr zusammen. Prost. Cheers. Die letzten Meter, bevor wir bei Primark sind. Und was sehe ich hier? Ein riesengroßes Disneyland Geschenkpaket. Das schauen wir uns jetzt mal an. Gibt es auch irgendwelche Zeiten? Aber keine Ahnung. Auf der anderen Seite ist ein Fotospot. Oh, super süß. Haben wir da auch noch was an der dritten Seite? Ah ja, da war ja Donald und Daisy als Fotospot. Das ist richtig cool. Wir haben es zu Primark geschafft. Und wir wollen mal schauen, was es hier so alles gibt. Es gab zwar schöne Sachen bei Primark, aber leider nicht den Sandwichmaker, den ich gesucht habe. Aber ich habe trotzdem eine Kleinigkeit gekauft. Ein Weihnachtsgeschenk noch und noch was für mich. 6 Euro habe ich ausgegeben. Also war noch in Ordnung. Eine Enttäuschung nach der anderen heute. Wir wollten jetzt noch Nudeln bei Auchan kaufen. Also hier gibt es in Frankreich von Barilla so trockene Tortellinis. Also nicht in der Kühlung. Und ja, meine Lieblingssorte ist aus. Die andere, die es noch gab, die mag ich nicht. So wie viel Käse. Also, naja, muss ich vielleicht über Weihnachten noch mal ins Quora fahren. Wir sitzen jetzt im Auto und fahren nach Hause. Das war mein letzter Tag 2021 im Disneyland Paris. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Drückt die Glocke und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.